Ich bitte Sie, meine Verspätung zu entschuldigen und dass ich hier heute etwas unelegant aussehe. Das war eine Doktorandin schuld, die mich zwei Stunden lang aufgehalten hat und viele schwierige Fragen hatte. Aber das hält uns nicht davon ab, dass wir immer noch Schuldrecht 1 machen und wir kommen heute zu den Dritten, nicht den Dritten 10, sondern den Dritten im Schuldverhältnis. Wir haben aber noch einen Rest zum Thema Schuldner und wir haben noch die Wiederholung von gestern. Zur Wiederholung von gestern habe ich Ihnen wieder drei kurze Fragen vorbereitet. Unsere erste Frage beschäftigt sich mit dem Thema Abtretung. Abtretung, Sie erinnern sich düster, war der Wechsel des Gläubigers. Und entweder funktioniert das nicht oder keiner stimmt ab. Das sind die beiden Varianten. Das geht nicht. Sagen Sie jetzt so. Hätte ich es auch behauptet an Ihrer Stelle. Ich habe kein Abstimmgerät. Ich kann es nicht überprüfen. So. Ja. Wenn wir das nicht elektronisch machen können, dann müssen wir das jetzt hier live machen. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Die Abtretung erfolgt durch eine Einigung gleich Vertrag. Stimmt das oder stimmt das nicht? Was meinen Sie? 50-50 Chance. Ja oder nein? Na, was meinen Sie? Das könnte man meinen, aber wo steht denn, wie eine Abtretung erfolgt? Wo steht das im Gesetz? Ja, 398 BGB. Eine Forderung kann durch Vertrag übertragen werden. Also stimmt unsere erste Aussage. Die Abtretung ist ein Vertrag. Das heißt, wir haben eine Einigung. Zweite Aussage. Die Abtretung erfordert die Zustimmung des Schuldners. Was meinen Sie? Brauchen wir dafür die Zustimmung des Schuldners? Nein. Wofür brauchen wir die Zustimmung des Gläubigers und des Schuldners und überhaupt aller? Gar nicht. Wofür brauchen wir eine Zustimmung? Fragen wir mal so. Wann haben wir gestern darüber gesprochen, dass wir eine Zustimmung brauchten? Ja? Im Rahmen der Schuldübernahme. Im Rahmen der Schuldübernahme und zwar in welcher Konstellation. Da haben wir ja gelernt, es gibt zwei Varianten, wie man eine Schuldübernahme machen kann. Nämlich, welche beiden Varianten der Schuldübernahme gibt es? Ja? Die Bürgschaft? Ja, die Bürgschaft ist sowas ähnliches. Die Bürgschaft war sozusagen, wenn jemand sagt, ich hafte erst dann, wenn der nicht zahlt. Das ist also keine Schuldübernahme. Welche beiden Varianten der Schuldübernahme haben wir und wo stehen die? Wo stehen die im Gesetz? Das ist das Wichtige. In der Klausur dürfen Sie ein Gesetz mitnehmen, Sie dürfen aber nichts anderes mitnehmen. Also sollten Sie wissen, wo es im Gesetz steht. Dann werden wir die selten, die sich melden. Hinterher heißt wieder, man kann sich nicht beteiligen, weil es kommen immer die selten fünf Leute dran. Ich kenne das, ich habe die Innovation vom letzten Jahr gelesen. Meldet sich mal irgendjemand, der sich noch nie gemeldet hat. Sehr langweilig. Wer hat hier noch nie gemeldet? Das funktioniert ja nicht. Ja, dann machen wir es zufällig. Was meinen Sie denn? Wo steht die Schuldübernahme? Die Schuldübernahme steht ab 414. Ja, ab 414. Und wir haben gelernt, es gibt zwei Varianten. Wo finden Sie denn diese beiden Varianten? Also es gibt ja einmal die Schuldübernahme zwischen Neugeler und dem neuen Schuldner. Die steht in 414. Genau. Und dann gibt es noch die Schuldnerübernahme zwischen dem neuen Gläugeler und dem alten Gläugeler. Die steht in 415. Ja. Den neuen Schuldner und alten. Sehr gut. Jetzt ist alles perfekt. Also wir haben zwei Varianten der Schuldübernahme. Einmal die Variante neuer Schuldner, alter Schuldner. Und einmal die Variante bisheriger Gläubiger und neuer Schuldner. Und für welche Variante brauchen wir jetzt eine Zustimmung des Gläubigers? Ja. 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 So ist es. Also da brauchen wir die Zustimmung des Gläubigers. Weil der Gläubiger kriegt einen neuen Schuldner vorgesetzt. Und ob der genauso zahlungsfähig ist, weiß man nicht. Also soll der vorher gefragt werden, ob er einen zahlungskräftigen Schuldner gegen einen weniger zahlungskräftigen Schuldner austauschen will. Jetzt zurück zu unserer Abtretung. Ich habe eben gesagt, die Kollegin hat gesagt, nein und nein ist richtig. Für die Abtretung wird der Schuldner nicht gefragt. Das bringt uns aber direkt zur dritten Aussage. Die Abtretung kann durch Vereinbarung wirksam ausgeschlossen werden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Was meinen Sie? 50-50 Chance. Was meinen Sie? Das stimmt. Richtig. Und jetzt die Testfrage. Wo steht das im Gesetz? Ja. Paragraf 399 sagt, Sie können ein Abtretungsverbot vereinbaren. Dann ist die Abtretung wirksam ausgeschlossen. Das heißt, Sie können es durch Vereinbarung ausschließen. Ansonsten ist aber eine Zustimmung nicht erforderlich. Letzte Aussage. Eine bereits erfolgte Abtretung kann durch einen Rücktritt aufgehoben werden. Können Sie von einer Abtretung zurücktreten? Ja, das ist eine tolle Frage, oder? Da wären Sie jetzt nie drauf gekommen, auf diese Frage. Was meinen Sie? 50-50 Chance. Kann man von einer Abtretung zurücktreten? Nein, aber weil es ein Abtretungsverbot ist, der ja zurücktreten war. So ist es. Sie können von der Abtretung nicht zurücktreten. Die Abtretung bewirkt unmittelbar die Rechtsänderung, genauso wie die Übereignung, und begründet keine Verpflichtung. Sie können nur von Verpflichtungsgeschäften zurücktreten. Jetzt geht schon wieder jemand. Hat er einen Grund gesagt? Ja, ich zucke jetzt mit den Achseln. Ich merke mir das. In der Klausur gucke ich an, wie das ist. Ja. Sie können zurücktreten nach 346 BGB von Verträgen. Aber Verträge in 346 meint nur Verpflichtungsverträge. Das heißt, Kaufvertrag, Schenkungsvertrag, Tauschvertrag. Es meint nicht Verfügungsvertrag. Das heißt, Sie können nicht zurücktreten von Abtretung oder dinglicher Einigung. Das heißt, das geht nicht. Damit unsere Zusammenfassung. Die erste Aussage trifft zu. Die dritte Aussage trifft zu. Und alles andere ist falsch. So, weil wir so gut dabei sind, haben wir noch eine zweite Folie mit Fragen. Zedent ist derjenige, der vor der Abtretung Inhaber der Forderung war. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das sollten Sie aber jetzt alle wissen. Das habe ich mehrmals gesagt. Wie grenzt man Zedent und Zessionar voneinander ab? Wer ist der Zedent und wer ist der Zessionar? Und wie merken Sie sich das? Was meinen Sie? Ja. Hm? Abtretend. Also ist es richtig. Abtretend. Also ist es richtig. Ja. In der Tat, Sie können sich das merken. Der Zedent ist abtretend. Das heißt, vor der Abtretung war der Zedent der Inhaber der Forderung. Also stimmt diese Aussage, ja? Der Zedent ist derjenige, der abtretend ist. Nicht derjenige, was gewinnt. Zweite Aussage. 406, 404 und 407 BGB schützen den Schuldner. Was sagen Sie dazu? Ja. 404 sorgt dafür, dass der Schuldner die Einwenden auch gegenüber dem Neuliterat, die er hat, den sie überlegt. Ja. 406 gewährten auch die Aufrechnung. Ja. Ja. 404 sagt, alles was vor der Abtretung erfolgt ist, gilt auch gegenüber dem Zessionar. 406 sagt, ich kann aufrechnen mit Forderungen gegenüber dem Zessionar, obwohl der gar nicht mein Schuldner ist, wenn ich gutgläubig gewesen bin. Und 407 sagt, ich kann so lange an meinen alten Gläubiger zahlen, wie ich nicht weiß, dass er abgetreten hat. Nächste Aussage. 405 BGB schützt den Zedenten. Ja. Das ist falsch, weil sie den Zedenten schützt den Neuliterat, weil jemand sagt, wenn ein Schandwort nicht abgegeben wird, oder wenn ein Abtretungsverbot gibt, aber der Zedenten schützt den Zedenten, also der Zedenten schützt den Zedenten, also der Zedenten schützt den Zedenten, also der Zedenten schützt den Zedenten. Sehr gut. Also, 405 BGB schützt nicht den Zedenten, sondern den Zedenten. Wenn Sie eine Forderung abtreten, die es gar nicht gibt, eine Scheinforderung, dann sagt der, der Zessionar erhält trotzdem einen Anspruch, weil es eine Urkunde darüber gibt und er es nicht wissen konnte. Außerdem, wenn es ein Abtretungsverbot gibt, aber das in der Urkunde über die Forderung nicht auftritt, kann sich der Schuldner nicht darauf berufen. Das heißt, hier gewinnt der Zessionar gegen den Schuldner. Nicht der Zedent. Letzte Aussage. 406 BGB ist eine Ausnahme vom Grundsatz der Gegenseitigkeit in 387 BGB. Ja? 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 Also, grundsätzlich würde 387 voraussetzen, dass der Schuldner einen Anspruch gegen den neuen Gläubiger hat, gegen den Zessionar. 406 sagt aber, der Schuldner kann gegenüber dem Zessionar mit einer Forderung aufrechnen, die ihm gegen jemand anderem, nämlich dem Zedenten, zusteht. Das heißt, die Aufrechnungsbefugnis wird auf Forderungen erweitert, die nicht im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. So, unsere letzte Kontrollfolie. Wenn G eine Forderung gegen S an X abtritt und dies S nicht mitteilt, erlicht die Pflicht des S bei Leistung an G. Jetzt sind Sie verwirrt. Wir haben S, G und X. S wie Schuldner, G wie Gläubiger und X wie Dritter. Ja? Welcher Paragraf sagt uns das? Ist das so? Ist das ein Fall von 404 BGB? Mit der Einrede des 362 Absatz 1, beziehungsweise der Einwendung des 362 Absatz 1. Ist das so? Was setzt 404 voraus? Ja? Ja? Ja, 404 setzt voraus, dass die Erfüllung vor der Abtretung eingetreten ist. Hier zahlt er aber erst nach der Abtretung. Also hilft uns 404 BGB nicht weiter. Welcher Paragraf hilft uns weiter? Ja? Ja, 407 Absatz 1, der sagt, solange der Schuldner keine Kenntnis hat, wirken Handlungen, die er gegenüber dem alten Gläubiger vornimmt, auch zulasten des neuen Gläubigers. Also das ist ein Fall von 407 Absatz 1, kein Fall von 404. Gucken Sie sich die zweite Frage an. Wenn G eine Forderung gegen S an X abtritt und dies S nicht mitteilt, kann S nach Kenntniserlangung gegenüber X mit einer Forderung gegen G aufrechnen. Ja? Ja? Ja, also wenn er erst nach der Abtretung ist er von der Abtretung das Fall von 406 Absatz 1, dann erfolgt die Idee. Ja, in der Tat, das ist ein Fall von 406. Wann greift der 406 ein? Was muss nach, oder was muss vor Kenntniserlangung gewesen sein? Ja? Die Aufrechnungslage muss schon für Zeitung der Abtretung über zwischen Ex und RG und RG bestanden haben. Ist das so? Sagt Ihnen das 406, dass die Aufrechnungslage schon für Zeitung der Abtretung bestanden haben muss? Zu welchem Zeitpunkt muss die Aufrechnungslage bestanden haben? Das wäre bei 407 möglicherweise der Fall. Wann muss die Aufrechnungslage bestanden haben? Bei 406. Nicht bei Abtretung. Ich kann Ihnen sagen, deutlich nach Abtretung. Auch in unserem Fall hier. Worauf stellt der 406 ab? Die Fälligkeit der Forderung? Ja. Wenn die Forderung ist, der S vor der Forderung, ist Fälligkeit der Forderung? Ja, jetzt wird es ganz verwirrend. Also, der 406 stellt ab, nicht auf den Zeitpunkt der Abtretung. Der ist relativ egal für die Norm. Entscheidend für die Norm ist der Zeitpunkt der Kenntnis. Ja? Und im Zeitpunkt der Kenntnis muss schon eine Aufrechnungslage bestanden haben. Wenn die Aufrechnungslage besteht, bevor er Kenntnis erlangt, kann er weiter aufrechnen. Und die Sachen mit der Fälligkeit, gucken wir uns gleich nochmal genäher an, die ist nicht ganz so einfach. Letzte Variante. Wenn G eine Forderung gegen S an X abtritt, kann S die Leistung gegenüber X verweigern, wenn G die Leistung aus dem zugrunde liegenden gegenseitigen Vertrag noch nicht erbracht hat. Also stellen Sie sich vor, G hat S ein Auto verkauft, S schuldet G darauf 5000 Euro, G tritt die Forderung an X ab. Das Auto ist aber noch nicht übergeben und übereignet worden. Frage, kann jetzt der X von S Zahlungen verlangen oder kann der S etwas dagegen unternehmen und sagen, ich will nicht zahlen. Also nochmal, G verkauft ein Auto an S für 5000 Euro. Es ist weder bezahlt worden, noch das Auto übergeben. Und jetzt tritt er die Forderung an X ab und X sagt, zahl mal die 5000 Euro. Das wäre dann Paragraf 404, ja. In Bezug auf was? Ja. Ja. So ist es. Im Verhältnis zu G könnte S sich auf 320 Absatz 1 berufen. Und 404 sagt, wenn der G abtritt, bleibt diese Einrede erhalten, auch gegenüber dem S, auch gegenüber dem X. Die Einrede geht nicht dadurch verloren, dass er abtritt. Das heißt, die Zahlung ist auch hier nur Zug um Zug. Allerdings muss natürlich nicht X das Auto übergeben und übereignen, sondern die Pflicht trifft G und X bekommt sein Geld erst, wenn G das Auto übergeben und übereignet hat. So. Das heißt, alle drei Aussagen waren richtig. Ich habe Ihnen gestern versprochen, dass ich Ihnen in 406 nochmal versuche, etwas näher zu bringen. Ich habe dazu dieses tolle Bild da oben links in der Ecke gemalt. Sie sehen, da stehen drei Männchen. Es gibt das Männchen G, das Männchen S und das Männchen D. Das Männchen G heißt Gläubiger, das Männchen S heißt Schuldner und das Männchen D heißt Britter. Und wir haben folgende Grundkonstellation. Der G hat einen Anspruch gegen S. Und diesen Anspruch gegen S tritt er an D ab. Und jetzt möchte unser S aufrechnen gegenüber D. Und dann gucken wir in 406. Also die Aufrechnung ist, damit Sie es nochmal deutlich sehen, male ich das mal hier ein, mal gucken, ob das klappt. Die Aufrechnung ist in diesem Verhältnis, dieser roten Linie. Das ist die Aufrechnung. Wenn ich jetzt noch ein Liespaar schreiben könnte, würde ich jetzt hier schreiben, 398. Na, lassen wir es mal lieber. So, mit dem Liespaar schreiben. So. Und wir gucken jetzt in 406. Und 406 sagt, diese Aufrechnung im Verhältnis S zu D ist grundsätzlich möglich. Grundsätzlich geht das, und dann geht das weiter, es sei denn, dass er bei Erwerb der Forderung und so weiter und so fort, gibt es auch ein Radiergummi? Ja, da. Was war hier weg? So, es sei denn, dass er bei dem Erwerb der Forderung von der Abtretung Kenntnis hatte. Was bedeutet das? Sie müssen sich dazu einen Zeitstrahl vorstellen. Sehen Sie das? Das ist ein Zeitstrahl, der geht von links nach rechts. Und der erste Punkt, den wir in diesem Zeitstrahl haben, ist, es gibt einen Anspruch des G gegen S. Dann erfolgt irgendwann die Abtretung von G an D. Das erfolgt, nachdem der Anspruch entstanden ist. Und dann kommt irgendwann mal die Kenntnis des S. Und jetzt sagt uns diese Norm, wenn der Anspruch nach diesem Zeitpunkt entsteht, ist das schlecht. Wenn der Anspruch irgendwann vorher entstanden hat, ist es okay. Er darf nicht recht von diesem Zeitpunkt sein. Es geht nur um diesen Zeitpunkt der Kenntnis. Wann die Abtretung erfolgt, ist es völlig egal. Die Kenntnis ist maßgeblich. Einverstanden? Ja? Also die Kenntnis, es darf nicht nach Kenntnis entstehen. Gut. Wann die Aufrechnung erfolgt, ist uns auch egal. Nochmal, wenn das die Reihenfolge ist, Abtretung, Kenntnis, Anspruchsentstehung, Aufrechnung, ist die Aufrechnung unwirksam. Ja? Ist der Anspruch hier entstanden, ist die Aufrechnung wirksam. Ist der Anspruch da entstanden, ist die Aufrechnung wirksam. Immer wenn der hier vor entstanden ist, ist sie wirksam. Wenn der hier nach entstanden ist, ist er unwirksam. War das schwierig? Nein. Gut. Weil das so einfach ist, kommt jetzt aber die schwierige Variante, nämlich die zweite Variante. Die sagt, die Forderung wird erst nach der Kenntnis erlangt, aber später als die abgetretene Forderung fällig. Was ist damit gemeint? Auch das hier bleibt unverändert. Es gibt erst den Anspruch G gegen S, dann erfolgt die Abtretung, dann entsteht erst der Anspruch S gegen G und jetzt haben wir hier den Zeitpunkt der Kenntnis. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Denn wenn bis dahin der Anspruch G gegen S fällig wird, dann haben wir ein Problem. Warum? Weil dann wieder die Aufrechnung für mindestens eine Sekunde nach der Kenntnis nicht möglich war. Was ist diese eine Sekunde? Ganz einfach, dieser Moment. Sehen Sie das? Hier, da ist eine Sekunde zwischen. Und dieser eine Strich, der sagt, der hatte einmal eine Forderung und da konnte nicht aufgerechnet werden. Weil diese Forderung erst später fällig geworden ist als diese. Ja? Und deshalb ist hier die Aufrechnung unwirksam. Jetzt fragen Sie sich, warum ist das so? Dazu müssen wir uns nochmal die Aufrechnung angucken. Die Aufrechnung ist ja Ihr Lieblingsthema, deshalb gucken Sie sich immer gerne an. Und wenn Sie da reingucken, dann stellen Sie fest, 387, ganz am Ende, so kann er aufrechnen, und jetzt kommt der wichtige Teil, sobald er die ihm gebührende Leistung fordern kann. Das steht da. Sehen Sie das? Vor dem und. Sobald er die ihm gebührende Leistung fordern kann. Das bedeutet, unser S kann erst dann aufrechnen, wenn sein Anspruch fällig ist. Das heißt, er hat zwar hier einen Anspruch, aber da darf er keine Aufrechnung erklären. Hier darf er auch keine Aufrechnung erklären. Da darf er auch keine Aufrechnung erklären. Erst hier bei Fälligkeit darf er aufrechnen. Das ist der letztmögliche Moment, an dem er aufrechnen darf. Umgekehrt, unser D. Unser D hat einen Anspruch erworben mit der Abtretung. In dieser Sekunde hier. Da hat er den Anspruch erstmalig erworben. Aber er darf ihn nicht durchsetzen, solange er noch nicht fällig ist. Wenn der Anspruch nicht fällig ist, darf er ihn nicht fordern. Das heißt, er darf ihn frühestens dann fordern, wenn hier Fälligkeit eingetreten ist. Das heißt, der frühestmögliche Zeitpunkt ist da, wo das eingetreten ist. Und wenn dieser Zeitpunkt vor diesem Zeitpunkt ist, gibt es einen ganz kurzen Moment, wo er theoretisch hätte sagen können, leiste, und der andere nicht aufrechnen durfte. Und deshalb ist für diesen kurzen Moment die Aufrechnung ausgeschlossen. Und dann sagt unser BGB, ist die Aufrechnung für alle Fälle unwirksam. Anders ausdrückt, es geht nicht um die Schnelligkeit, wie schnell sie den Anspruch geltend machen, sondern es kommt nur darauf an, dass sie das überhaupt hinkriegen. Klar die Reihenfolge? Nochmal. G hat zwar einen Anspruch gegen S, aber der ist noch nicht fällig. Das bedeutet, der G kann vom S noch nichts verlangen. Wenn er dann abtritt, darf auch der D noch nichts verlangen. Das folgt aus 404. In dem Moment, wo der Anspruch fällig wird, kann der D sofort Leistung vom S verlangen. Wenn der S gutgläubig ist, dann kann der S weiterhin noch an G leisten. Allerdings, sobald er Kenntnis hat, muss er an D leisten, weil 407 nicht eingreift. Er kann auch nicht aufrechnen, weil sein Anspruch noch nicht fällig ist. Weil 387 sagt, ich kann nur aufrechnen mit fälligen Ansprüchen. Und deshalb darf er da noch nicht aufrechnen. Also müsste er zahlen und es wäre ungerecht, wenn er jetzt später eine Aufrechnungsmöglichkeit bekäme, obwohl er gar keine Forderung gegen den D hat, sondern nur eine Forderung gegen G. So. Und weil das Ganze so schwierig ist, habe ich Ihnen noch drei ganz, 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 ganz kurze Fälle mitgebracht. Zur Abtretung. Unser erster Fall. Der V hat einen Anspruch gegen K aus 4332 in Höhe von 5000 Euro. Er tritt diesen Anspruch an G ab, teilt es aber dem K nicht mit. K zahlt bald darauf die 5000 Euro an V. G ist empört und begehrt Zahlungen von K an ihn. Hat G gegen K einen Anspruch auf Zahlungen von 5000 Euro aus 4332? So. Jetzt sagen Sie, wieso denn G? Wer ist denn überhaupt G? Nochmal, G ist derjenige, der in dem der Anspruch abgetreten worden ist. Was setzt ein Anspruch aus 4332 voraus? Was setzt der voraus? Wer das jetzt nicht weiß, der soll mal ins erste Semester zurück. Was setzt ein Anspruch aus 4332 voraus? einen wirksamen Kaufvertrag. Wie sieht das in unserem Fall aus? Haben wir einen wirksamen Kaufvertrag? Ja. 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 Wir haben einen wirksamen Kaufvertrag zwischen V und K. Also hat wer einen Anspruch aus 4332 auf Zahlungen von 5000 Euro? Ja. Der V. Aber wer will denn die 5000 Euro? Der G. Also müssen wir wohl noch einen zweiten Schritt prüfen. Es reicht nicht, dass zwischen V und K ein Kaufvertrag steht, sondern was brauchen wir noch, damit wir überhaupt diesen Anspruch hinkriegen? Ja. Der Anspruch müsste wirksam auf den G übergegangen sein, durch eine Abtretung nach 398. Haben wir hier eine wirksame Abtretung? Ja. Steht nichts zum Sachverhalt. Also ist auch eine wirksame Abtretung. Also was ist unser Ergebnis bei Anspruch entstanden? Der Anspruch ist entstanden durch die wirksame Abtretung. Würde das reichen? Wir brauchen zwei Sachen. Ist der Anspruch durch die Abtretung entstanden? Und wirksame Abtretung entstanden? Ja. Also unser Ergebnis lautet, der Anspruch ist entstanden durch den wirksamen Kaufvertrag zwischen V und K und die wirksame Abtretung zwischen V und G. Ja? Einverstanden? Gut. Was prüfen wir dann, nachdem wir festgestellt haben, dass der Anspruch entstanden ist? Ja? Ja. 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 Hervorragend. Der Anspruch könnte untergegangen sein durch Erfüllung 362 Absatz 1. Allerdings hat der K nie an G geleistet. Also, was ist unser Ergebnis zu 362 Absatz 1? Also ist der Anspruch nicht nach 362 Absatz 1 BGB untergegangen. Aber, wonach könnte der Anspruch noch untergegangen sein? Der Anspruch könnte untergegangen sein nach 407 Absatz 1. Was setzt 407 Absatz 1 BGB voraus? Ja? Ja. Dass der K keine Kenntnis von Abgebildung sind, auch in der Anspruch der Leistung gewählt hat. Ja. Dass die K eine Leistung gewählt hat. Ja. Er setzt erstens voraus, dass der K eine Leistung bewirkt hat an den Zedenten, an den alten Gläubiger. Der alte Gläubiger ist hier V, an den hat er gezahlt, also haben wir das. Und die zweite Voraussetzung ist, zu dem Zeitpunkt, wo er es gemacht hat, muss er keine Kenntnis gehabt haben von der Abtretung. Hat er Kenntnis? Nein. Also ist diese Leistung gegenüber dem G wirksam. Also ist der Anspruch des G gegen K nach 407 BGB erloschen. Also gibt es keinen Anspruch aus 433 2 von G gegen K. Schwieriger Fall. Toll. Die sind ganz begeistert. Anspruch entstanden, müssen sie prüfen, erstens Kaufvertrag, zweitens Abtretung. Anspruch erloschen, müssen sie halt prüfen, 362 den ablehnen, dann 407, die beiden Voraussetzungen und damit kommen sie zum Ergebnis, es gibt keinen Anspruch. Das war nicht schwer. Weil das so einfach war, haben wir noch einen zweiten Fall. Wir haben wieder den V, der V hat wieder einen Anspruch in Höhe von 5000 Euro gegen K, er tritt diesen Anspruch an G ab und teilt dies dem K mit. Nun stellt sich heraus, dass V bei der Abtretung an G artistisch getäuscht wurde. Er ficht daher die Abtretung an G nach 142 1 und 123 1 BGB an. Auch dies teilt er dem K mit. K zahlt die 5000 Euro trotzdem an G. V ist empört und begehrt Zahlungen von K an ihn. Hat V gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 5000 Euro aus 433 2. Was prüfen Sie jetzt? Ja? Ja. Das könnte man so sagen. Man würde aber eher sagen, der Anspruch könnte übergegangen sein, auch fast nur noch unter Anspruch entstanden prüfen. Man würde also sagen, der Anspruch müsste auch zugunsten des V bestehen, er könnte hier jedoch wirksam auf G übergegangen sein. Nach 398. Ist der Anspruch wirksam auf G übergegangen, nach 398 BGB? Was sagen Sie dazu als Kenner des BGB-AT? D? Ja. Ja. In der Tat, der Vertrag wirkt durch die Anfechtung ex tunc nichtig, das heißt, wir tun so, als sei die Abtretung nie erfolgt. Das heißt, V war gläubiger und ist auf ewig gläubiger geblieben. Bisher also, unser Ergebnis, Anspruch wirksam entstanden, V war gläubiger und ist immer noch gläubiger. Allerdings könnte der Anspruch untergegangen sein, und zwar wodurch? Ja? So ist es. Er könnte untergegangen sein durch Erfüllung 362 Absatz 1 BGB, allerdings war der Gläubiger nicht der G, sondern der V, das heißt, der Anspruch ist nicht durch Erfüllung erloschen. Aber wonach könnte der Anspruch erloschen sein? Jetzt müssen Sie ins Gesetz schauen und den richtigen Paragrafen finden. Ja? So ist es. Nach Paragraf 409 Absatz 1 Satz 1, BGB muss der V sich entgegenhalten lassen, dass er dem K mitgeteilt hat, dass er die Forderung wirksam abgetreten hat. Und dann sagt uns die Norm, er muss sie auch gegen sich gelten lassen, wenn sie nicht wirksam ist. Das heißt, auch eine nichtige Abtretung wirkt zum Nachteil des V. Das heißt, der Anspruch ist untergegangen nach 409 Absatz 1 Satz 1 BGB. Der wichtige Unterschied zu 407 ist, wenn Sie da reingucken, da steht nichts drin mit Kenntnis. Selbst wenn der Kenntnis hat, der K, ist das rechtlich irrelevant. Der Grund dafür ist, man möchte den K nicht damit belasten, dass er jetzt juristisch prüft, war die Anfechtung wirksam oder unwirksam. Der K soll einfach zahlen können an den, wo ihm gesagt worden ist, an den ist abgetreten worden. Das ist die Logik dahinter. Ja? Also das ist der Fall des 409 BGB. Letzter Fall aus dem Rahmen Abtretung. Wir haben wieder den V, der hat wieder einen Anspruch aus der 332 in Höhe von 5000 Euro. Den tritt er an A ab. Er vergisst aber, dies dem K mitzuteilen. Weil der V dringend Geld benötigt, tritt er die Forderung dann, wenige Tage später, nochmal an B ab. Auf Drängen des B teilt er diese Abtretung dann auch dem K mit. In der Folge zahlt K, der nicht davon weiß, dass man an A abgetreten worden ist, 5000 Euro an B. Das ärgert wiederum den A und der A sagt, Moment, habe ich einen Anspruch gegen K auf Zahlung von 5000 Euro aus 433 Absatz 2 BGB. Und was sagen Sie dazu? Sie prüfen zunächst mal, ist der Anspruch entstanden? Was brauchen wir dafür zunächst mal? Ja? Ja? So ist es. Wir brauchen erstmal einen Anspruch aus einem Kaufvertrag gegen K. Das heißt, wir prüfen, besteht zwischen V und K ein wirksamer Kaufvertrag? Die Antwort lautet ja. Aber der Kaufvertrag berechtigt ja nur den V, also müssen wir als nächstes prüfen, wurde möglicherweise wirksam abgetreten? An wen? An A. Möglicherweise wurde die Kaufvertrag wirksam an A abgetreten. Ist das der Fall? Ist die Forderung wirksam abgetreten worden? Ja. Spielt es eine Rolle, dass es dem K nicht mitgeteilt worden ist? Spielt es eine Rolle, dass es K nicht mitgeteilt worden ist? Nein. Also irrelevant, dass es K nicht weiß. Also ist A neuer Gläubiger geworden. Aber danach hat der V den Anspruch nochmal an B abgetreten. Also V hat den Anspruch danach an B abgetreten. Frage, ist dadurch vielleicht B der neue Gläubiger geworden? Hervorragend. Also eine Abtretung setzt die Berechtigung des Abtretenden voraus. Er muss also Inhaber der Forderung sein. In dem Zeitpunkt, wo der V an B abtritt, gehört die Forderung aber dem A. Das heißt, der V hat gar nicht, was er abtreten kann. Also kann der B auch nicht Inhaber der Forderung geworden sein. Also ist A der Gläubiger und damit besteht nach dem normalen Recht erstmal ein Anspruch des A gegen K. Der Anspruch A gegen K auf Zahlung von 5000 Euro ist entstanden. Aber was prüfen wir dann als nächstes wieder? Wenn diese Fälle alle so schön ähnlich sind. Ja? Ja, das könnte man meinen, dass es ein Fall von 409 Absatz 1 Satz 1 ist. Dummerweise wirkt aber 409 Absatz 1 nur für den Gläubiger. So muss er dem Gläubiger, dem Schultag gegenüber was gelten lassen. Und der Gläubiger hier, der dies erklärt hat, war der V. Das heißt, der 409 hilft uns nichts, weil wir haben hier eine Wirkung zulasten des A und der A hat nie was erklärt mit Abtretung. Erklärt hat es nur der V. Ja? Ja, 408 Absatz 1. Schauen wir uns den mal an. Wird eine abgetretene Forderung von dem bisherigen Gläubiger nochmals abgetreten, das heißt, erst an A, dann an B, so findet, wenn der Schuldner an den Dritten leistet, also an B leistet, zugunsten des Schuldners die Vorschrift des 407 dem früheren Erwerber gegenüber entsprechende Anwendungen. Das heißt, im Verhältnis zwischen K und A gilt nach 408 Absatz 1 und 407 Absatz 1 entsprechend. Und das bedeutet, wenn wir uns 407 angucken, solange der K nicht weiß, dass der A der wirkliche Gläubiger ist, darf er wirksam an B leisten. Wichtig, bei 409 kommt es auf Kenntnis nicht an, bei 408 und 407 kommt es auf die Kenntnis an. Wenn er weiß, dass es anders ist, wird er nicht befreit. Ja? Also, in kleinsten unterschiedlichen 407, 408 und 409. Ja? 407, 408, 409. Die drei Fälle hatten wir. So, damit kommen wir jetzt zurück zum normalen Stoff. Den Gläubiger haben wir abgeschlossen. Wir machen jetzt den Rest Schuldner und den Anfang von Dritten und kommen dann zum Highlight dieser Vorlesung, nämlich zu 280 folgende am Donnerstag. 280 haben wir schon so oft erwähnt, da fragen sich, wieso kommt das jetzt schon wieder? Das kommt jetzt schon wieder, weil das so wichtig ist. Das ist so wichtig, das kann man gar nicht oft genug machen. Wenn Sie 280 nicht perfekt beherrschen, dann werden Sie nie ein Examen kriegen. Also das ist wirklich wichtig. Alles andere ist nicht wichtig. Aber das ist wichtig. So. Der Schuldner. Sie erinnern sich, der Schuldner ist der, der die Pflichten hat. Der Gläubiger ist der, der die Rechte hat. Und wir haben darüber gesprochen, es gibt Teilschuldner, Gesamtschuldner und gemeinschaftliche Schuldner. Und das entspricht dem, was wir schon mal den Gläubigern gehabt haben. Beim Teilschuldner muss jeder eine Quote zahlen. Da muss jeder einen bestimmten Betrag zahlen. Beim Gesamtschuldner gilt, einer für alle, alle für einen. Da muss jeder den vollen Betrag zahlen. Wenn jemand kommt, muss der alles zahlen. Und der Gläubiger kann sagen, ich möchte von dir die Hälfte, von dir die Hälfte. Er kann das entscheiden, wie er will. Und bei gemeinschaftlichen Schuldnern ist es so, die können nur zusammen agieren. Typischer Fall, Musik, bei einer Band macht es keine Rolle, es ist nicht sinnvoll, wenn nur der Sänger kommt, sondern es müssen auch die Musiker dazukommen. Die brauchen also mindestens zwei Personen, die gleichzeitig erscheinen. So, die Gesamtschuld, habe ich Ihnen gesagt, ist der Regelfall im Gesetz. Der Regelfall ist die Gesamtschuld. Die Gesamtschuld ist geregelt in 421. Wenn Sie da reingucken, steht da drin, das, was ich Ihnen eben gesagt habe. Wir haben mehrere Personen, die schulden eine Leistung und jeder muss die ganze Leistung bewirken. Der Gläubiger kann aber nicht von jedem eine ganze Leistung fordern, sondern nur insgesamt einmal die Summe. Die Rechtsprechung verlangt aber darüber hinaus, dass die Leute gleichstufig nebeneinander haften. Das heißt, dass nicht einer vorrangig in der anderen nachrangig haftet. Und ich habe Ihnen gesagt, das häufigste Beispiel dafür ist, Versicherungen, Versicherungen haften nachrangig gegenüber dem Versicherungsnehmer. Wenn Sie zusammengeschlagen werden, haben Sie einen Antrag gegen den Schläger und die Versicherung haftet nur, wenn der insolvent ist. Anderer Fall habe ich Ihnen auch erklärt, die Bürgschaft, wenn Ihr Papa sich für Ihre Mietschulden verbirgt hat, dann ist das nett von dem und der kann dann erst mal in Anspruch genommen werden, wenn Sie Ihre Miete nicht zahlen. Man hat nicht die Wahl, Sie oder Ihren Vater in Anspruch zu nehmen, sondern man nimmt Sie in Anspruch und nur wenn Sie nicht zahlen, haftet Ihr Vater. Der haftet nachrangig. Eine Gesamtschuld entsteht immer dann, wenn Sie mehrere Deliktschuldner haben. Die Idee dahinter ist, ein bisschen wie im Strafrecht, wenn zwei Leute auf Sie einprügeln, dann können Sie von jedem der Schläger den kompletten Schadensatz verlangen. Sie müssen nicht sagen, du hast mir das Bein gebrochen, du hast mir das Auge kaputtgeschlagen, sondern Sie können von beidem alles verlangen. Sie kennen auch diese Fälle im Strafrecht, wo dann zwei Leute Gift in ihr Essen schütten und das Gift wird insgesamt tödlich, dann haftet beide für den kompletten Tod. Zivilrecht ist viel einfacher als Strafrecht. Es wird immer alles allen zugerechnet. Zweitens besteht Gesamtschuld immer dann, wenn die Leistung nicht teilbar ist. Wenn es eine Leistung gibt, die ohnehin nur komplett erbracht werden muss, macht es keinen Sinn, dass der eine nur einen Teil erbringt, weil es lässt sich ja gar nicht teilen. Und die wichtigste Norm für Sie ist 427 BGB. 427 BGB ist eine Vermutungsregel, das heißt, wenn Sie keine Angaben haben und auch in den Umständen nichts erkennbar ist, dann sagt das Gesetz, wenn sich mehrere gemeinschaftlich verpflichten, wollen die im Zweifel als Gesamtschuldner haften. Hier in der Mitte ist der Ausblick auf die kommenden Semester. Rechts für den tollen Herrn Koch, 128 HGB, die Haftung in den Personengesellschaften. Die Idee ist, wenn Sie eine Gesellschaft gründen, dann haftet jeder Gesellschafter für alle Schulden unbeschränkt mit seinem gesamten Privatvermögen. Und hier für die Leute, die sich mit Toten beschäftigen wollen, ich sehe tote Menschen, die miterben. Wenn also jemand stirbt und der lässt drei Kinder, dann sind die drei Kinder miterben und dann können die Gläubiger des Verstorbenen von jedem Kind den kompletten Betrag holen und nicht etwa nur einen Anteil. Also jedes Kind haftet mit seinem Privatvermögen für das, was der Vater an Schulden gemacht hat. Kinder haften für ihre Eltern. Wenn die tot sind. Und wenn sie erben sind. So. Nochmal, die Gesamtschuld sagt, jeder haftet mit jedem Cent, den er hat, dem Gläubiger für die Schuld. Er muss alles geben. Und zwar den kompletten Betrag. Wenn Sie also zehn Leute sind und die Schuld beträgt eine Million, müssen Sie damit rechnen, dass Sie eine Million zahlen müssen. Nicht etwa nur ein Zehntel von einer Million, sondern Sie müssen eine Million zahlen. Aber, nachdem Sie die Million gezahlt haben, können Sie sich dann an Ihre Mitschuldner wenden und Innenausgleich verlangen. Die können also hingehen und sagen, zahl du mir das, was ich gezahlt habe. Das ist aber nicht das schwarze PETA-System, dass jeder andere Ihnen auch mitschuldnerig haftet. Wenn Sie also vier Leute haben und sollen 100 Euro zahlen, dann können Sie relativ leicht ausrechnen, haftet im Innenverhältnis jeder in Höhe von 25 Euro. Wenn Sie jetzt 100 Euro zahlen, können Sie nicht etwa hingehen und sich den nächsten raus und sagen, zahlen wir mal 75 Euro, sondern Sie müssen dann bei jedem Einzelnen die 25 Euro einfordern. Das heißt, im Innenverhältnis ist die Gesamtschuld eine Teilschuld. Das heißt, jeder haftet nur für seinen Teil. Das heißt, das Risiko ist ja bei Russisch Roulette, der Erste, der rausgepickt worden ist, zahlt alles und kann sich dann anteilig die Teile von den anderen wiederholen. Gut, das haben wir hingekriegt. Jetzt kommen wir zu einem ganz schwierigen Paragrafen, den 95% der Weltbevölkerung nicht verstehen und das ist Paragraf 425. 425 BGB sagt uns, Sie haben zwar mehrere Schuldner aufgrund eines einheitlichen Vertrages, aber die Schuld kann sich unterschiedlich entwickeln. Wodurch, fragen Sie sich? Zum Beispiel kann es sein, dass einer der Schuldner in Annahmeverzug gerät. Dann sagt uns 424, der Verzug des Gläubigers gegenüber einem Gesamtschuldner wirkt auch für die anderen Gesamtschuldner. Das heißt, wenn einer von Ihnen versucht hat, die Leistung zu erbringen und er hat die abgelehnt, sind Sie alle privilegiert, nach Paragraf 300 BGB. Wenn auch nur einer von Ihnen das Versuch hat, gescheitert ist, sind alle privilegiert. Umgekehrt, wenn der einem der Schuldner einen Brief geschrieben hat, bitte zahle 10.000 Euro, dann hat das auf die anderen keine Auswirkung, weil die anderen haben davon nichts erfahren und damit sind die nicht gemahnt worden. Wenn einer der Schuldner schlecht leistet, dann kommt es auf dessen Verschulden an und nicht auf das Verschuldende an. Das Verschulden wird nicht zugerechnet. Also nicht wie im Strafrecht bei Mittätern, sondern es ist so, jeder muss nur für sein Verschulden einstehen. Das sagt 425, der Anspruch hat einen gemeinsamen Ursprung, aber danach kann er sich in verschiedene Richtungen entwickeln für jeden. Der Anspruch teilt sich dann auf und entwickelt sich für jeden separat. Klar dieser Gedanke? Weil das so schwierig ist, gibt es dann halt diese Ausnahmen und die Ausnahmen finden Sie in 422 bis 424. 422 sagt, das was auf der Hand liegt, wenn einer zahlt, werden auch die anderen von ihrer Pflicht befreit. Ja, also 422 sagt, wenn einer zahlt, sind die anderen raus. 422 1 2 sagt, genauso wie wenn einer aufrechnet oder ein anderer eine Leistung an Erfüllung stattwirksam erbringt, dann werden die anderen frei. 423 sagt, wenn der Gläubiger mit einem Schuldner einen Erlassvertrag schließt, wird er durch die Haftung der anderen grundsätzlich nicht berührt. Sie können aber auch mit einem vereinbaren, dass auch die anderen frei werden. Aber grundsätzlich, ein Erlass wirkt nur für den, den Sie betreffen wollen. Und 424 habe ich Ihnen schon gesagt, der Annahmeverzug, wenn einer von Ihnen versucht, dem Gläubiger die Leistung zu geben und er sagt, will ich nicht, dann sind alle von Ihnen privilegiert durch § 300 folgende BGB. Tolle Regelung, oder? Das lassen wir mal weg, das ist zu schwierig. Wollen Sie das unbedingt machen? Ja? Also, ich habe Ihnen erklärt, dass es denkbare Konstellationen gibt, wo einer vorrangig haftet und ein anderer nachrangig haftet. zum Beispiel gibt es da den berühmten Dombrandfall. Ja? Also stellen Sie sich vor, es gibt eine Stadt in Deutschland, die heißt Fulda und Fulda hat einen Dom. Nicht so schön wie den Kölner Dom, aber auch nicht so ganz klein. Und nun war es so, es kommt jemand und leicht fahrlässig sorgt dafür, dass der Dom abbrennt. Komplett Asche. Ja? Leicht fahrlässig. Schlecht gelaufen. Und jetzt wissen Sie vielleicht ganz grob, wenn man einen Dom abbrennen lässt, ist das ein bisschen blöd, weil dann müssen Sie Schadensersatz leisten nach § 823 Absatz 1 BGB. Weil Sie haben eine Sache beschädigt und müssen die Reparatur bezahlen. Interessanterweise ist es aber auch so, dass dieser Dom ein historisches Monument war, von städtlicher Bedeutung und daher die Stadt Fulda verpflichtet war, diesen Dom auch wieder aufzubauen. Und bevor die Kirche hingegangen ist und diesen armen Menschen, der den Dom angezündet hat, verklagen konnte, war der Dom schon fast wieder fertig gebaut, weil in Fulda, da setzt man Stein auf Stein, da geht das fix. Und jetzt ging die Stadt hin und wollte gerne von dem, der den Dom angezündet hatte, das Geld, was sie dafür investiert haben, den Dom wieder aufzubauen. Und bemerkenswerterweise hat das Gericht erkannt, die Haft nicht gleichrangig. Vorrangig verantwortlich ist der Schädiger und die Stadt ist sozusagen nur so eine Sicherheit, so eine Auffanglösung. Und das ist keine Gesamtschuld und damit gibt es auch keinen Innenausgleich nach § 426. Deshalb sagt man, grundsätzlich hat man ein Problem, aber das lösen wir über eine analoge Anwendung von 255 BGB und 255 BGB sagt, ich habe einen Anspruch gegen die Kirche auf Abtretung des Schadensanspruchs gegen den Brandstifter. Und weil das alles so kompliziert ist, können Sie es auch direkt wieder vergessen. Dieser Fall betrifft, wie gesagt, die Konstellation, der eine haftet vorrangig und der andere haftet nachrangig und der Nachrangige zahlt. Wenn der Vorrangige zahlt, kriegt er sein Geld nie wieder, aber wenn der Nachrangige zahlt, dann müssen wir eine Anspruchsgrundlage haben, dafür, dass er sein Geld vom Vorrangigen zurückkriegt. Und das ist nicht 426, sondern zum Beispiel 255, der dann auch eine analoge Anwendung findet. Müssen Sie das wissen? Nein, das ist viel zu schwierig und das versteht kein Mensch. Jetzt habe ich die ganze Zeit von 426 geredet, gucken wir uns die Norm mal an. Das Einzige, was Sie zu dieser Norm unbedingt merken müssen, ist, das sind zwei verschiedene Anspruchsgrundlagen. Die erste Anspruchsgrundlage ist 426 Absatz 1 Satz 1 BGB. 426 Absatz 1 Satz 1 BGB sagt uns nämlich, ich habe einen Anspruch gegen meine Mitgesamtschuldner auf Ausgleich. Und dieser Ausgleich besteht, bevor ich bezahlt habe, dass die quasi ihren Teil von vornherein schon mitzahlen müssen. Ich kann also sagen, ich habe einen Anspruch auf Freistellung in Höhe der Quote der anderen. Wenn ich gezahlt habe, habe ich einen Anspruch auf Ausgleich in Geld, weil dann müssen wir das Geld zahlen, was ich weggegeben habe. Das ist eine eigene Anspruchsgrundlage, ein Anspruch könnte sich ergeben aus 426 426 Absatz 1 Satz 1 BGB. 426 Absatz 2 sagt was ganz anderes. 426 Absatz 2 sagt nämlich, die Forderung des Gläubigers geht auf den Schuldner, der gezahlt hat, über. Wenn Sie jetzt mal zu unserer Abtretung zurückkommen, sehen Sie da in 412 die tolle Regelung, die sagt, dann gelten die Vorschriften der 399 bis 404, 406 bis 410 entsprechend. Das heißt, dann haben Sie wieder sowas wie eine Abtretung. Nur es wird ersetzt, die Einigung durch 426 Absatz 2. Das heißt, Sie haben auch wieder den 407 und so weiter und so fort. Warum hat das Gesetz das so kompliziert gemacht? Weil die Verjährung möglicherweise unterschiedlich ist. Wenn das Ganze nämlich vor Gericht eingeklagt worden ist, ist die Verjährung für diesen Anspruch gehemmt, für den nicht. Außerdem können hier Bürgschaften, Hypotheken, Pfandrecht und sowas dranhängen, die gehen dann auch mit über. Das heißt, es ist gut, dass Sie zwei Anspruchsgrundlagen haben. Wenn einmal gezahlt worden ist, erlichen aber beide Ansprüche. Also Sie haben zwei Ansprüche, aber nur einen Betrag. Das nennt man Anspruchskonkurrenz. Sie können denselben Betrag aus zwei Anspruchsgrundlagen fordern. Und jetzt kommen wir zum aller, aller schwierigsten. Die gestörte Gesamtschuld. Das hat nichts mit verrückt und geistig krank zu tun, aber die Folgen sind ganz ähnlich. Also, stellen Sie sich folgenden Fall vor. Den habe ich mal als Hausarbeit gestellt im dritten Semester. Folgende dramatische Geschichte. Es gibt da einen Spielplatz. Und auf diesem Spielplatz ist eine Rutsche. Und unter dieser Rutsche ist eine Betonfläche. und der Vater geht mit seinem Kind auf den Spielplatz und die Mutter erholt sich von dem stressigen Kind zu Hause. Und Vater setzt sich auf die Bank und sagt, geh mal spielen, husch husch, und schlägt sein iPad auf und guckt die aktuellen Schlagzeilen. Das Erste, was das Kind macht, ist, es klettert auf die Rutsche und rutscht dann kopfüber darunter. Das Problem ist, am Ende der Rutsche ist halt die Betonfläche und das Kind donnert mit seinem Schädel voll auf diese Betonfläche. Das bekommt dem Kind nicht gut, kann ich Ihnen sagen. Das hat einen schweren Hirnschaden davon getragen. Und nun verklagt man die böse Stadt, die einen Spielplatz gebaut hat und unter einer Kinderrutsche eine Betonfläche gemacht hat, statt einem weichen, kuscheligen Sandkasten, wo dem Kind nichts passiert wäre. Und die Stadt sagt, das ist aber unfair, weil der Vater ist ja schuld, denn vernünftige Eltern lassen ihr Kind nicht unbeaufsichtigt rutschen, die gucken, was ihr Kind macht. Gerade auf einem gefährlichen Spielplatz. Und daraufhin sagt der Vater, ach, wissen Sie, ich war noch nie so der gründliche Mensch, ich bin eher so ein bisschen schlampig von der Natur her und jetzt habe ich hier so im BGB geblättert und ich habe gesehen 1664 BGB und da steht drin, die Eltern haben bei der Ausübung der elterlichen Sorge gegenüber dem Kind nur für die Sorgfalt einzustehen, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Anders ausgedrückt, ich muss dem Kind gegenüber nicht gründlicher sein als mir gegenüber und ich rutsche auch immer kopfüber die Rutsche runter. also sie können von mir nicht mehr erwarten als ich sonst mache und ich bin halt so, ich bin wie ich bin und es kommt raus bei Untersuchung, der ist halt so, das Gericht von dem Zeugen und sagt, ja das ist ein bisschen schlampig der Vater, der kümmert sich halt nicht um sein Kind und um sich selber auch nicht, der duscht nur einmal die Woche und komischer Typ. Das ist Ergebnis der Beweisaufnahme und jetzt steht der Richter da und sagt, naja, soll die Stadt jetzt wirklich 100% des Schadens tragen oder muss sich der Vater doch irgendwie dafür gerade stehen, dass er verantwortungslos sein Kind hat rutschen lassen. Der ist ja auch ein bisschen mit Schuld. Und dann hat das Gesetz ein Problem, denn wir haben gegen die Stadt einen Anspruch auf Schadensersatz gegenüber dem Vater aber keinen, weil der Vater ist nämlich privilegiert, er haftet nur für eigenübliche Sorgfalt. Die Stadt haftet für leichteste Fahrlässigkeit, der Vater für eigenübliche Sorgfalt, dann ist der Vater raus und die Stadt muss alles zahlen. Und dieses Ergebnis finden manche Leute ungerecht. Wenn ein Beteiligter privilegiert ist, möchte man dann irgendwie, dass er doch ein bisschen Verantwortung trägt. In dem Vaterfall sagen sie, der arme Kerl, der ist halt so, hat ein behindertes Kind jetzt, der ist geschlagen genug. Der häufigere Fall ist, sie steigen ins Auto von ihrem besten Freund und sie schließen vorher einen Vertrag, der besagt, ihr Freund, der ein alter Raser ist, haftet für nichts. Der Rast baut einen Unfall mit dem B. B trifft ein Verschulden von 5%. Ihren Freund trifft ein Verschulden von 95%. Sie haben einen Schaden von 100.000 Euro. Jetzt wollen sie ihren Freund verklagen und der sagt, wir haben damals vereinbart, ich hafte für nichts, bin raus. Daraufhin gehen sie zu dem jenigen, der 5% verursacht hat, 5% verschulden und sagen, okay, dann kriege ich von die 100.000 Euro. Und er sagt, Moment mal, ich zahle 5% von 100.000, aber nicht den kompletten Betrag. Und sie sagen, nein, nein, du bist der Einzige, der mir den Schaden zugefügt hat, denn mein Freund ist raus, also zahl du mir die 100.000 Euro. auch auch da wieder das Problem kann es sein, dass einer nicht haftet und der andere voll haftet, nur weil sie so einen Vertrag geschlossen haben. Wie lösen wir dieses Problem? Nun, zunächst mal kommt es darauf an, was die Grundlage der Haftungsprivilegierung ist. Wenn die Grundlage ein Vertrag ist, kann man sagen, ist das eigentlich der Geschädigte selber schuld. Man kann keine Verträge schließen, die Dritte benachteiligen, das heißt, das ist immer das Problem des Opfer. Das Ganze gilt genauso für die Regelung im BGB, wo steht, wenn ich jemandem was verleihe, hafte ich nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Auch das kann nicht zum Nachteil des Dritten gehen. Was anderes gilt dagegen in der Familie. Der Sinn, dass sie in der Familie nur für eigenübliche Sorgfalt haften, ist, dass man die Familie in ihrer wirtschaftlichen Existenz schützen will. Man möchte, dass die Familie nicht pleite geht, man möchte, dass da sozusagen eher jemand Geld zuschießt, damit das arme Kind auch gut versorgt wird. Und dann haben wir noch für Herrn Koch wieder Gesellschaft Recht Bei Gesellschaft ist es wiederum ähnlich wie bei unentgeltlichen Geschäften auch da kein Vertrag zulasten Dritter. Gut, das habe ich Ihnen so komisch erklärt, jetzt fragen Sie sich, was soll das alles heißen. Um das schwierig zu machen, gibt es jetzt diese Lösungsansätze und das ist jetzt wirklich schwierig, Sie müssen ganz genau aufpassen. Sie kennen Meinungsstreitigkeiten, da haben Sie schon mal von gehört, es gibt so Meinung 1, Meinung 2, Meinung 3, Meinung 4. Das ist kein Meinungsstreit. Man ist sich völlig einig, dass es drei verschiedene Lösungsansätze gibt. Das ist unstreitig. Und man ist auch sich weitgehend einig, dass es je nach Fall entweder 1, 2 oder 3 ist. Die einzige Frage ist, für welchen Fall wählt man welche Lösung und das ist kein Meinungsstreit, sondern das ist einfach nur eine Frage, was man für gerecht hält. Da gibt es auch keine tollen Argumente. Fangen wir mit der Ansicht 1 an. Ansicht 1 sagt ganz einfach, wir machen das genauso, wie es im Gesetz steht. Das heißt, wenn da drinsteht, der Vater haftet nicht oder der Freund haftet nicht oder der Verleiher haftet nicht, dann haftet nur der andere, egal wie klein sein Verschulden ist. Wenn sein Verschuldensanteil 0,1% ist, zahlt er trotzdem 100%. Das ist Lösungsmöglichkeit 1. Die können Sie immer dann annehmen, wenn Sie sagen, das Ganze soll halt den Geschädigten und den Privilegierten schützen. Auch der Privilegierte ist schutzbedürftig. Der Vater zum Beispiel. Niemand sucht sich seine Kinder aus. Die zweite Lösung ist die Lösung zulasten des Privilegierten. Die Lösung zulasten des Privilegierten bedeutet der Geschädigte bekommt das volle Geld vom Nicht Privilegierten. Das heißt, das Kind bekommt vollen Schadensersatz von der Stadt oder sie bekommen vollen Schadensersatz von dem anderen Unfallschädiger oder derjenige, was entliehen hat, bekommt vollen Schadensersatz von dem Dritten, der mit der entliehenen sache gefährliche Sachen gemacht hat. Aber dann kann derjenige, der ihnen Schadensersatz gezahlt hat, sich das Geld wiederholen, anteilig, von den Privilegierten. Das heißt, die Stadt würde dann den Vater verklagen auf Innenausgleich. Wenn der Vater kein Geld hat, geht die Stadt halt leer aus, aber der Privilegierte haftet im Innenverhältnis analog 426 BGB. Das heißt, sie wenden diese Norm einfach analog an. Das ist also die Lösung, wo der Geschädigte geschützt wird, aber der Privilegierte letztendlich nicht. Und dann gibt es noch die dritte Variante, dass sie sagen, der Geschädigte ist selber schuld und in der Variante der Geschädigte ist selber schuld gibt es dann die ganz tolle Lösung des sogenannten Regresszirkels. Wie funktioniert das? Die Stadt zahlt an das Kind, holt sie das Geld beim Vater wieder und der Vater holt das Geld beim Kind wieder. Deshalb Zirkel. Stadt zahlt Geld an Kind, holt sie das Geld bei Vater wieder und Vater holt das Geld bei Kind, das heißt, das Geld fiegt einmal im Kreis. Oder in unserem Autofall, sie holt sich das Geld bei dem anderen Autofahrer, der holt sie das Geld bei ihrem Freund, der sich privilegiert hat wieder und ihr Freund holt das Geld bei ihnen wieder. Regresszirkel. Einverstanden? Weil dieser Regresszirkel ziemlich blöde ist, weil das Geld einfach nur einmal im Kreis fließt, gibt es auch die Leute, die sagen, das wird dann einfach nur nicht gezahlt. Sie kriegen direkt von vornherein weniger Schadensersatz, weil sie es ja eh wieder zurückzahlen müssen über den Kreis. Das spart ihnen sozusagen einen Kreislauf, das Geld bleibt direkt da, wo es ursprünglich sein sollte. Jetzt, wenn wir diese drei Lösungsansätze haben, die wie gesagt alle unstreitig sind, ist die Frage, welcher Lösung folgen sie in welchem Fall. Und in der Klausur ist das ganz schön schwierig. Sie fangen zunächst mal an mit dem Anspruch des Geschädigten gegen denjenigen, der privilegiert ist. Also der Anspruch von Ihnen gegen Ihren Freund, der mit Ihnen die Vereinbarung geschlossen hat, erfährt ständig wie ein Henker. Das können Sie prüfen, kommen dann zum Ergebnis, der haftet aber nicht, weil eine Haftungsbeschränkung vorliegt. Entweder eine Vereinbarung oder eine gesetzliche. Anspruch Kind gegen Vater scheitert. Anspruch Sie gegen Ihren Freund Nicht-Privilegierten. Das heißt, Ihr Anspruch gegen die Stadt. Das Kind gegen die Stadt, Sie gegen einen anderen Unfall Beteiligten. Und das prüfen Sie durch und dann kommen Sie am Ende zu dem letzten Punkt und sagen okay Schaden liegt alles vor und nach dem Schaden prüfen Sie dann ob der Anspruch möglicherweise zu mindern ist nach der Grundsätzen der gestörten Gesamtschuld und dann sagen Sie es ist durchaus denkbar dass der ganze Anspruch zulasten des Geschädigten gelöst wird dann ist fraglich wen soll denn diese Privilegierung schützen wenn die Privilegierung dienen soll der Integrität von Schädiger und Geschädigtem dann scheidet eine Privilegierung aus scheidet eine Minderung aus wenn dagegen nur Ihr Freund geschützt werden soll oder nur der Vater geschützt werden soll und nicht das Kind dann können Sie hier sagen wird gemindert und die Rechtsprechung und Literatur sagt wenn Sie einen Vertrag haben und selber auf Ansprüche verzichtet haben soll das nur den Privilegierten schützen und nicht Sie bei Gesetz kommt dagegen darauf an wenn das Gesetz beide schützen will wie bei der Familie dann scheidet eine Minderung auf wenn Sie den Anspruch durchgeprüft haben und voll bejaht haben prüfen Sie dann noch das Problem was wir eben hatten mit Regresskreisel ob es einen Anspruch des Privilegierten gegen den Nicht Privilegierten gibt und diskutieren da die beiden anderen Ansätze dazu kommen Sie aber nur wenn Sie hier nicht schon eine Minderung bejaht haben Sie müssen also nicht etwa hier an der Stelle drei Ansichten darstellen sondern Sie müssen sich hier nur fragen an der Stelle mindere ich oder mindere ich nicht und wenn Sie die Minderung verneinen dann prüfen Sie hier weiter mit den anderen Ansichten ansonsten ist da schon Schluss und der Streit hat sich erledigt Sie müssen also nicht einen Meinungsstreifen mit vier Ansichten aufmachen das ist total daneben Sie prüfen nur die eine Ansicht und sagen passt die auf meinen Fall ja oder nein also kein Meinungsstreifen sondern nur drei Lösungen und Sie müssen überlegen welche Lösung passt für diesen Fall so und damit kommen wir jetzt zum tollen Thema die dritten die dritten dritter ist ganz einfach jede Person die weder schuldner noch gläubiger ist wir haben ganz am Anfang vom Semester gelernt dass Schuldverhältnisse in einer Wolke sind es gilt die Relativität von Schuldverhältnissen ein Schuldverhältnis berechtigt nur den Gläubiger und verpflichtet nur den Schuldner jetzt machen wir Konstellationen wo auf einmal Personen die weder Gläubiger noch Schuldner sind Rechte und Pflichten kriegen also Durchbrechungen der Relativität also ein bisschen wie bei Einstein hier so wir machen jetzt hier Zeitreisen könnte man sagen der erste Fall den wir uns angucken ist auch der einfachste 328 BGB 328 BGB regelt den Vertrag zugunsten Dritter was ist was ist damit gemeint das sehen Sie auf diesem Bild recht anschaulich wir haben einen Gläubiger und wir haben einen Schuldner und die schließen einen Vertrag der sagt der Schuldner soll nicht an den Gläubiger leisten sondern der Schuldner soll die Leistung an einen Dritten erbringen Sie können zum Beispiel bei Amazon ein Paket bestellen was nicht an Sie geschickt wird sondern an einen Freund als Geschenk und dann kriegt Ihr Freund dieses Geschenk der Kaufvertrag kommt aber zwischen Ihnen und Amazon zustande der Freund ist nur der Empfänger der Leistung das ist ein Vertrag zugunsten Dritter innerhalb des Vertrages zugunsten Dritter müssen wir zwei Fälle unterscheiden das sehen Sie hier echter Vertrag zugunsten Dritter und unechter Vertrag zugunsten Dritter ein Vertrag ist dann ein echter Vertrag zugunsten Dritter wenn der Dritte den Schuldner unmittelbar verklagen könnte auf die Leistung also wenn er einen eigenen Anspruch hat den er einklagen könnte gegen den Schuldner bei einem unechten Vertrag ist die Aussage viel einfacher der Schuldner darf an den leisten oder soll vielleicht an den leisten aber umgekehrt kann der Schuldner den nicht verklagen der Anspruch bleibt beim Gläubiger der Anspruch ist beim Gläubiger der Schuldner ist nur sozusagen Empfänger also unecht kein Anspruch echt Anspruch jetzt kommen wieder komische Ausdrücke die müssen ja hier diese Fremdsprache lernen wir fangen oben an die Beziehung zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner nennt man Deckungsverhältnis warum heißt das Deckungsverhältnis man kommt da relativ schnell drauf wenn man an Bankkonten deckt wenn sie jemandem versprechen ich überweise dir 100 Euro von meinem Bankkonto dann muss ihr Bankkonto gedeckt sein damit das funktioniert das heißt der Vertrag zugunsten des Empfängers ist nur dann möglich wenn hier zwischen ihnen und der Bank auch wirklich ein Anspruch besteht also das ist das Deckungsverhältnis das Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner um das Ganze noch schwieriger zu machen nennt man den Schuldner hier manchmal auch Versprechender das finden sie im Gesetz und in Lehrbüchern der heißt deshalb Versprechender weil er verspricht die Leistung hier an den Dritten zu erbringen und der Gläubiger heißt dann auch Versprechensempfänger weil das Versprechen ihm gegenüber erklärt wird er empfängt das Versprechen ja das ist so ganz verwirrt jetzt zwischen dem Gläubiger und dem Dritten muss ja irgendein Grund bestehen warum der Gläubiger sagt ich will die Leistung gar nicht haben sondern die soll an den Dritten gehen und dieses Verhältnis was sagt der Rechtsgrund dafür warum der Dritte die Leistung bekommen soll nennt man Valuta Verhältnis also Valuta Verhältnis ist das Verhältnis zwischen dem Gläubiger und dem Dritten Deckungsverhältnis ist das Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner Gläubiger Schuldner Deckung Gläubiger Dritter Valuta und hier zwischen dem Dritten und dem Schuldner besteht kein Vertrag da wird einfach nur erfüllt und das nennt man dann Zuwendungsverhältnis oder Vollzugsverhältnis aber nochmal hier gibt es keinen Vertrag Verträge gibt es da und da um Ihnen ein paar Beispiele zu machen in unserem Amazon Fall wo ich gesagt habe ich bestelle was und lasse das an Sie schicken dann ist das Valuta Verhältnis ein Schenkungsvertrag ich schenke Ihnen etwas das Deckungsverhältnis ist ein Kaufvertrag ich kaufe bei Amazon und schenke es Ihnen ja Deckungsverhältnis Kauf Valuta Verhältnis Schenkung wenn ich Ihnen Geld überweise weil ich zum Beispiel bei Ihnen einen Kaufpreis schulde dann ist das Valuta Verhältnis ein Kaufvertrag 4332 und das Deckungsverhältnis ist mein Vertrag mit der Bank die Anweisung an die Bank Geld zu überweisen sehen Sie die Logik dahinter so ein echter Vertrag zugunsten Dritter hat zur Folge dass der Schuldner nicht an den Gläubiger leisten darf sondern nur an den Dritten das heißt der Gläubiger ist nicht mehr empfangszuständig Sie erinnern sich düster haben wir darüber gesprochen Kinder sind nicht empfangszuständig und der Gläubiger beim Vertrag zugunsten Dritter wenn der Schuldner trotzdem dem Gläubiger die Leistung erbringt wird er dadurch nicht befreit das heißt es hat keine Erfüllungswirkung wenn der Schuldner an den Gläubiger leistet der Gläubiger wird auch nie Eigentümer irgendwelcher Sachen das geht alles direkt an den Dritten begünstigt wird ausschließlich der Dritte allerdings sagt uns 335 den Sie sich mal ganz kurz angucken können kann der Gläubiger den Schuldner verklagen auf Leistung an den Dritten er kann also Klage geben und sagen liefer bitte an den er hat also einen Anspruch aber nicht an sich selber sondern nur zugunsten Dritter der Dritte ist etwas blöde dran er hat nie einen Vertrag geschlossen sondern er ist nur begünstigt das hat zur Folge dass er keine Leistungspflicht hat der Kaufpreis wird gezahlt vom Gläubiger aber er hat natürlich Rücksichtnahmepflichten Rücksichtnahmepflichten nach 241 2 er darf sozusagen dem Amazon boten der kommt nicht eine Faust ins Gesicht schlagen oder ihn anspucken weiterhin sagt 334 etwas das Sie schon kennen aus 404 und 417 BGB er muss Einwendungen die der Schuldner gegenüber dem Gläubiger gelten machen kann auch gegen sich gelten lassen und ganz wichtiger Punkt der Dritte muss nicht zwingend sofort einen Antrag erwerben sondern es kann auch aufgeschoben sein der typische Fall ist das Sparbuch was ihr Opa für sie vielleicht mal angelegt hat als sie klein waren wo dann drinsteht wenn sie 18 werden oder wenn sie mit Jurastudium anfangen bekommen sie dieses Geld ausgezahlt vorher nicht auch da ist das Sparbuch ein Vertrag zugunsten Dritter sie sind begünstigter Opa ist Gläubiger aber das Ende ist dann erst wenn der Antwo entstanden ist so da sie ja unbedingt jetzt eine Mittagspause machen wollen machen wir hier Schluss und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder mit Erbe wenn es ein Erbverszicht gesandt ist Erbverszicht